Ok Regu... Regu... Ja, das ist das Level glaube ich Komm her Schwimm rüber Ok Jetzt müssen wir nach oben klettern Ok So Nein, das Schiff darf nicht sinken Das ist ein Boss Ein Boss Level Ok Wir müssen nur nach oben Naja Reichter gesagt als getan Ach man Jetzt gebe ich mir schon so eine verfickte Mühe beim Bauen Kommt schon Ja Ja, langsam auf sich habe ich eine kleine stille Konstruktion Da Da muss ich hoch Genau Da muss ich hoch Da muss ich hoch Oh Gott Oh Gott Wow Ok Ok Es läuft besser als geplant Achja Ja Das ist ganz witzig das Level eigentlich Wartet Das ist es 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 Danke Chapter 2 Little Miss World of Goo 4 4 Also Herbst Hm 3 5 Das ist es 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 Die sind Wie Wie soll ich sagen Wie Wassertropfen Ach Ich glaube Die hatte ich auch schon Im ersten Kapitel Schlafmütze Und werdet wach So Jetzt muss ich nach da Das Kapitel ist schnell vorüber bei mir Weil ich habe das heute morgen gespielt Nein Ja Ja Ganz knapp geschafft Ich kann es eigentlich auch schaffen wenn ich Den abmache Den 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 Und das war's Und ich trinke nochmal was kurz Okay Fly away little ones Hm Achso das Rätsel Das hat mich heute morgen so angepisst Ich bin schon fast drüben Ich bin schon fast drüben So 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 Ballons können das unmöglich halten Aber ein Ballon ist recht nicht Stopp Ach du Scheiße Ach du Scheiße Das wird jetzt ein schöner Spaß Ach du Scheiße Das wird jetzt ein schöner Spaß Ich muss ein bisschen noch da 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 Und Ein Ballon weg Nee Na Weg Weg Boah Ich bin gut Ich bin gut Das war mal richtig knapp Leute Ja Ja Okay Das nächste Level Blustery Day Hier kommen The Windmills Nein Nicht das Scheiß Level Oh nein Das ist so kacke Aber hey Ich weiß ja schon wie es geht Oder auch nicht Doch ich weiß es noch Was für ein Wunder Ich weiß noch wie ein Level geht Wir müssen nämlich über das Teil da kommen Sag ich nur viel Spaß Okay wir müssen jetzt mehrere Ballons einpacken Weil sonst kommen wir da nicht mehr hoch Genau so 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 Wir können die Schwarzen leider nicht nehmen Wir müssen Die nehmen Bisschen warten Nein Glück gehabt Nein Das war jetzt nicht so geplant Jetzt habe ich es eigentlich gepackt So die Ballons und können wir dann so loslassen Wenn sie da unten hinzu zu fügen Also hier oben bin ich Okay Okay Oh oh Das sieht ziemlich knapp aus Das sieht ziemlich knapp aus